Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier auf der Map Königsberg. Heute möchte ich euch gerne etwas vorstellen, was ihr im Thumbnail ja schon gesehen habt, deswegen macht es jetzt keinen Sinn lang um den heißen Brei rumzureden. Ich hatte ja ein Video gemacht, in dem ich euch gesagt habe, was für die Königsberg Map geplant ist und was umgesetzt werden soll, also was auf der To-Do-Liste steht und was jetzt zum Beispiel nicht umgesetzt werden kann, weil es einfach vom Aufwand her unmöglich zu bewältigen ist oder halt, weil es einfach so im LS nicht funktioniert. Weil da auch einige Vorschläge bei waren, die sehr interessant waren. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir von FWKB natürlich einiges auch umzusetzen. Jo, also ihr habt es gesehen auf dem Thumbnail. Ich habe jetzt hier in... Ja, wie lange hat das gedauert? Klingt eigentlich relativ flott. In kurzer Zeit auf jeden Fall habe ich hier einen Flugplatz platziert auf die Map, wo wir jetzt einmal hinfahren. Es war wirklich schwierig, einen geeigneten Ort dazu zu finden. Ihr müsst auf jeden Fall Königsberg-West runterfahren, um zum Flugplatz zu kommen, weil dann könnt ihr einfach geradeaus fahren. Huch, da hatte ich gerade einen kurzen Lack. Läuft, voll in der Leitplanke gelandet. Und dann seid ihr auch direkt schon am Flugplatz. Man muss dazu sagen, der Flugplatz ist für wirklich kleine Flugzeuge. Also ihr könnt da jetzt nicht in einem Boeing 747 drauf landen, wobei mit etwas Glück und Geschick funktioniert das bestimmt auch. Aber nichtsdestotrotz, für Hubschrauber und kleinere Flugzeuge wie Learjets oder ähnliches ist es auf jeden Fall ein guter Landeplatz. Da kommt jetzt auch noch ein bisschen was so an Deko hin, aber ich wollte es euch schon mal hier zeigen, wie das aussieht mit dem Flugplatz. Also der Flugplatz ist komplett eingezäunt und da ist er. Gut, wir fahren einmal hier rüber. Wir haben ja auch ein Tor. Wenn ihr dieses Hot Animated Scripts, was auch verlinkt ist auf Baustellenmods.de unter der Königsberg Map installiert habt, geht das Tor von alleine auf. Ansonsten müsst ihr es halt per Hand öffnen. Und ja, so sieht das Ganze dann hier aus. Die Landebahn hat eine Länge von, ich meine, so knapp 150 Meter. Ist jetzt natürlich nicht so realistisch wie so eine normale Landebahn. Aber einfach aus Platzgründen ist es etwas schwierig hier umzusetzen. Wenn wir jetzt hier einmal in den Hubschrauber gehen. Also zwei Plätze gibt es ja hier insgesamt, wo man einen Hubschrauber hinstellen kann. Drei Hangars, wo ihr dann auch Flugzeuge parken könnt. Und Polizei habe ich da vorne einfach mal hingestellt. Ist ja auch manchmal an Flugplätzen, also gut, an Flughäfen ja meistens, aber an so kleineren Flugplätzen ja eher nicht so der Fall. So, lassen wir den Hubschrauber jetzt mal starten. Und gucken uns das Ganze von oben an. So sieht das Ganze dann aus. Also ihr seht, ihr habt hier schon sehr, sehr viel Platz. Ich habe jetzt gerade leider kein Flugzeug, sonst hätte ich das euch auch einmal gezeigt. Wie das mit einem Flugzeug aussieht, wie man hier landet und alles. Aber wie gesagt, da kommt jetzt noch Deko hin. Und ich finde, das ist somit der beste Ort für so einen kleinen Flugplatz. Da war ja vorher ein Feld. Das habe ich gefünftelt. Das obere Fünftel befindet sich noch dort bei meinen Rotorblättern hier. Ansonsten, ja, es ist halt sehr schwierig gewesen, hier einen geeigneten Flugplatz zu finden. Ich hatte erst überlegt, den hier vorne hin zu machen. Aber da ist mir dann doch der Platz ein bisschen schade drum. Weil das wäre einfach viel zu riesig. Und klar, jetzt könnte man dann hier theoretisch auch so eine Boeing und sowas landen. Aber dazu ist ja die Map auch gar nicht gedacht. Dass da jetzt so eine Flughafen-Map oder so rausführt. Von daher finde ich, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Wie findet ihr den Flugplatz? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und natürlich dürft ihr eure Wünsche auch immer wieder sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ob davon dann was umgesetzt wird, ist halt immer so die Frage der Machbarkeit. Weil einige Sachen, die sind wirklich komplett unrealistisch und nicht umsetzungsfähig. Habe ich da jetzt gerade partout ein Beispiel? Ich muss mal kurz überlegen. Ja, das ist echt schwer. So auf Anhieb mal eben kurz ein Beispiel rauszusuchen. Also ja, klar, Ampeln beispielsweise, das wäre umsetzbar, wenn wir jetzt einen Script da hätten, der das Script dafür schreibt. Aber haben wir nicht, deswegen können wir hier keine Ampeln verbauen. Wäre natürlich sehr cool. Und man kann jetzt auch nicht einfach das LS17-Script dafür Ampeln nutzen. Das funktioniert nicht. Das müsste dann, wenn, umgeschrieben werden. Vielleicht sieht der Urheber das Video hier und entscheidet sich ja vielleicht, das Script dann umzuschreiben für LS19. Wer weiß. So sieht das aber zumindest aus. Und, ach genau, ich habe jetzt ein unrealistisches Beispiel. Und zwar eine große Flutwelle, die kommt. Das wäre jetzt hier nicht umsetzbar. Oder auch, dass, weiß ich nicht, die Autos die Abfahrt mit einer geringeren Geschwindigkeit runterfahren. Weil die fahren ja auf der Autobahn 80 Stundenkilometer. Jetzt kriege ich wieder einen drüber, weil ich Stundenkilometer gesagt habe. Aber das sagt man ja umgangssprachlich. Aber es gibt ja immer welche, die halt in die Kommentare schreiben. Hey, das heißt so und so. Das hast du falsch gesagt. Aber alles gut, meine lieben Freunde. So, ähm, genau. Weil das ist nicht möglich. Die würden dann auch mit 80 kmh hier in den Kreisverkehr fahren und dann nicht langsamer werden. Man könnte, man könnte das so eigentlich nicht umsetzen. Deswegen fahren die Autos die Ausfahrten auch nicht runter, weil das einfach viel zu schnell wäre. Genau. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zum Flughafen nicht viel zu erklären. Hier ist ein Berg, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr dann landen wollt, aber, oder starten wollt. Aber, ähm, liegt am besten dann hier nochmal eine Kurve. Und dann passt das. Gut, ich werde gerade angerufen. Dementsprechend, Freunde, danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benni. Hashtag Anruf.